Heute stell ich euch Tippitus vor, und ja, ich sag's gleich, Riesen-Fan. Dieser junge Mann namens Clem erinnert mich so sehr an mich vor 20 Jahren, dass es schmatzt. Er ist heute schon kreativer und cooler als ich es jemals war, sein Lächeln ist noch herzzerreißender als meins jemals war und ganz zu schweigen von dem, was ich jetzt habe. Kurz gesagt, wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie Lem. Warum? Schaut unbedingt auf seinem YouTube-Kanal vorbei, folgt ihm auf Instagram und auf Twitter. Weil reinschauen lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.